Als Jugendlicher war ich immer auf der Suche nach meiner Identität. Wer bin ich? Ich habe mir diese Frage immer wieder gestellt, wenn ich in der Türkei war und wenn ich dann nach Deutschland gekommen bin. Ich bin mit Leuten in Kontakt gekommen, die gesagt haben, du bist Türke. Ist doch klar, du bist nicht Deutscher. Du lebst zwar, aber du bist Türke. Und dann haben die mir solche schlaue Bücher gegeben, der Vorteil, ein Türke zu sein. Was sind die Türken? Das ging bis zum Nationalismus, das türkische Nationalismus. Ich hatte aber Gott sei Dank parallel dazu die deutsche Geschichte gerade in der Schule gelesen, dass die Gedanken zu Nationalismus zu furchtbaren Dingen geführt haben. Gleichzeitig habe ich so Ideologie der türkischen Nationalisten, die mich zu einem Türken erziehen wollten, realisiert. Ich bin dann mit denen sogar mitgelaufen, wo ich gesagt habe, ja, also eigentlich bin ich Türke. Ja, und dann war ich sogar sechs Monate lang immer bei denen in Pfarreien und so weiter. Die kennt man ja, die grauen Wölfe. Also, ich habe einen kennengelernt, der aus Kaiserie auch kam, also aus unserer Stadt, wo ich geboren bin. Der hat an der Grenze, wir waren im gleichen Flieger, an der Grenze konnte er sich nicht artikulieren. Ich saß direkt hinter ihm oder stand hinter ihm und dann habe ich ihm geholfen. Und ich habe ihm so weit geholfen, dass er tatsächlich, es war schwierig vor den Beamten, dass er überhaupt rein konnte. Und ich habe ihm so lange übersetzt und gedolmetscht, dass er dann reingekommen ist in die Bundesrepublik. Und deshalb hat er sich dann, er hat sich dann gedacht, er muss mir irgendwie helfen. Und wir sind dann Freunde geworden. Es war wirklich so, dass wir uns dann immer getroffen haben und es war eine gute. Und für mich war das was ganz Tolles, weil jemand da war, der so die Türkei mir erzählt hat. Der war so, und er hat, er war religiös und dann habe ich auch angefangen zu beten. Ich habe angefangen zu fasten. Und dann hat er gesagt, ja du, willst du nicht mit mir mitkommen? Es gibt einen Verein, da treffen wir uns, wir singen und machen und dann bin ich da mitgegangen. Das war irgendwie, damals kann ich mich erinnern, das war total nett, weil jemandem zuzugehören, das war ein schönes Gefühl. Und diese Sehnsucht Türkei und Türke, das war groß in mir. Und irgendwann bin ich dann immer öfter gegangen und die, alle, die dort waren, haben das als eine Verpflichtung gesehen, mir zu helfen, mir ihre Ideologie zu erzählen und so weiter. Aber ich war immer skeptisch, Gott sei Dank, weil ich, wie ich schon gesagt habe, so die Geschichte der Deutschland so parallel dazu gehört habe. Und so kam es, dass ich, mein Skepsis dann immer mehr und mehr geworden ist und ich dann auch mich dann umentschieden habe. Und was noch für mich ein besonderes Erlebnis war, ich bin irgendwann mit meiner damaligen Freundin, ich hatte eine ganz nette Freundin, so kurz vor Abitur, mit der bin ich dann nach Berlin. Und Berlin war für mich so ein Erlebnis, wo ich die andere intellektuelle Türkei kennengelernt habe. Ich bin im Kreuzberg gewesen und da war die andere Seite der Türkei, also so diese intellektuelle Seite, die linke Seite. Ich habe erst einmal Gedichte von Nazem Hikmet dort in einer Ausstellung gelesen und ich habe, diese Ausstellung hat mich so sehr geprägt, das hieß damals noch, das war eine Fotoausstellung, morgens Deutschlands, abends Türkei. Weil es ging um dieses Leben in Berlin, wo man tagsüber in Deutschland war, aber abends dann in die Türkei sich zurückgezogen hat. Und da waren so Bilder, Zeichnungen, Gemälde von Hanif Yeter, einem sehr tollen Künstler und auch dazu Gedichte von Nazem Hikmet. Dann habe ich irgendwie immer mehr gespürt, Mensch, die Türkei hat auch anderes Gesicht. Und das hat mich dann immer mehr und mehr auch so die Interesse an die Türkei dann auch geweckt. Meine Türkei war ja so geprägt von Kaisere, wo ich geboren bin. Ich bin immer von München nach Kaisere. Ich kannte Istanbul nicht, bis ich dann irgendwann Istanbul entdeckt habe. Das war der Wahnsinn. Das war der absolute Highlight für mich. Und dieser Konflikt, auch bei mir innerlich, wenn ich so diese Geschichte der Nationalsozialisten gelesen habe, sah ich irgendwie Parallelen von ihren Gedanken gut. Und deswegen war ich immer so mit Distanz. Und irgendwann war so ein Schlüsselerlebnis wiederum in dieser Identitätsfindung bei mir, wo ein Funktionär von dieser Gruppe nach Deutschland gekommen ist, nach München, der so eine große Kundgebung machen wollte. Und dann habe ich gesehen, dass wahnsinnig viele Leute in München Gegendemonstrationen aufgerufen hatten. Und ich war irgendwie, ich schaute zurück und ich schaute vor. Die Leute, die vor mir waren, die gegen uns demonstriert haben, waren eigentlich die Leute, mit denen ich immer zu tun hatte. Die Leute, die mir am sympathischsten waren und die auch meinen Gedanken auch teilten. Und dann habe ich erst einmal gespürt, dass ich auf der falschen Seite bin. Und ja, also diese Hin und Hier hätte auch anders ausgehen können. Und das erleben wir ja jetzt noch ganz aktuell. Ja, also ich habe wieder vielleicht Glück gehabt, dass ich das erkannt habe. Aber ganz viele Jugendliche leiden darunter, nicht das zu finden, wer sie sind. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das Beste von dem Ganzen. Ich meine, ich bin Deutsch und ich bin Türke. Das ist, ich meine, warum soll ich mich für die eine Seite entscheiden und für die andere Seite, wenn ich in der Mitte bin, wenn ich das erkenne, das ist das Beste, was einem passieren kann. Für mich war dieses Erkenntnis bis jetzt das beste Erkenntnis, was ich als Jugendlicher für mich entdeckt habe. Jemand dazwischen zu sein, ist die ideale Brücke zwischen rechts und links. Und zwischen Türke sein und Deutscher sein. Und ich bin in der Mitte und das habe ich dann zu meinem Lebensprinzip gemacht. Und alles, was ich jetzt mache, geschieht in diesem Prinzip. Ich bin die ideale Brücke zwischen München und Istanbul, zwischen Türkei und Deutschland. Und was Besseres hätte mir nicht passieren können. Und deswegen bin ich meinem Vater sehr, sehr dankbar.